Ist der geil? Junge, ich sag dir, da trittst du nur einmal ganz vorsichtig aufs Gas und bang, hast du die Schallmauer gebrochen. Das ist immer eine Rolle. Man kann mal dieses Modell fahren oder mal jenes, mal ein sportliches oder ein Oldtimer, kannst du ja mal ein Fahrzeug ausleihen, scheißegal. Oder vielleicht benötigt man ja auch mal einen Kleinbus. Für einen Ausflug oder einen Umzug oder so. Aber du brauchst ein Fahrzeug, was zu dir passt. Mit Stil, eins mit Charakter. Verstehst du? Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln, tanken, auch Geld reinstecken. So ein Baby will unterhalten werden. Aber dafür bleibt es vielleicht auch bis zum Ende deines Lebens bei dir. Dein Eigentum. So ein Baby. Das ist das da. Das kommt an. Dein Eigentum. Ich lieb.